Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft im Kreativmodus mit mir, dem Yoshi. Ich mach die Folgen jetzt zeitlich nach Gefühl. Ja, beweg dich doch mal aus dem Loch raus, Junge. So. Dann machen wir hier erstmal das Dach zu. Das wollten wir ja letztes Mal machen. So, jetzt sind die Feiertage vorbei fast. Nur noch der zweite Weihnachtstag. Jetzt wird noch ein bisschen Schweinebraten gegessen. Was man da noch so bei isst. Salate, die man noch übrig hat vom ersten Weihnachtstag, weil man dachte, man muss unbedingt noch so viel Salate machen. Weil die Leute hier verhungern. Nein, tun sie nicht. Dann machen wir noch Kartoffelgratin dabei. Natürlich alles selber gemacht. Nix hier von Magi, von Knopf und weiß ich, weil es hier noch alles für eine Kacke gibt. Die ich nicht gerne esse, wo ich denke mir, das kann ich auch selber machen. Da brauche ich nicht extra Knopf für zu kaufen. Ich hoffe mal, dass ich die praktische Prüfung geschafft habe, dass ich endlich mal einen Beruf, oder endlich mal richtig arbeiten. Und nicht wieder wie so ein kleines Kind, ja so, du musst das so machen und du kannst das nicht. Oh ne, da habe ich nämlich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Mich dann noch weiter mit so Leuten abzuhängen, die keinen Bock auf irgendwas haben. Ich will lieber, wo man was arbeiten kann, wo man was machen kann, wo man was schaffen will. Und nicht hier so eine Medusalems-Dinger. Der eine, der den mal kaum versteht, der eine versteht ihn schon, aber ich weiß nicht. Der kommt ein bisschen, ich weiß nicht. Ist halt eigentlich selten. Von WoW wird jetzt erstmal nichts mehr kommen. Und das Spiel kostet mich zu viel und ich brauche das Geld jetzt mehr als denn je. Und ich glaube, da sollte man jetzt mal sparen, dass man sich den Führerschein mal, jetzt nochmal das zweite Mal, zweiter Anlauf machen kann, wenn man das darf. So. Jetzt haben wir das Dach zu. Jetzt können wir hier eine Glaskuppel bauen. Oder machen erstmal hier wieder weiter Fohl mit Lava. Und fallen diesmal nicht rein. Und füllen das so weit auf. Ja. Sind wir doch reingefallen. Da haben wir ein heißes Füttchen bekommen. Scheißegal. Hoffentlich fließt das nicht drinnen rein. Das müssen wir dann gleich entweder schmerzhaft entdecken. So. Mittlerweile erfüllt sich das. Und was habt ihr so zu Weihnachten geschenkt bekommen? Ich habe Dragon Age Inquisition für die Playstation 4 bekommen. Pokémon Omega Robin. Wo ich jetzt erfahren habe, dass man noch viele Anfangspokémon bekommt, wenn man die Liga geschafft hat. Wo es natürlich echt geil ist. Komm. Einmal rein hier. Lö lö lö. Guck mal hier. Hier ist eigentlich nichts. Kommen wir hier auch irgendwann am Boden an? Ach ja. Hi. 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 Is dies wohl an Stein. Das wieder an Stein. Titee you to hat verliert sich genutzt dann noch mal die CIO ich wollte sogar schreiben wenn das geht für die falsche was willst du vielleicht bei gitter das in der mitte muss aber wirklich viel donna von wenn das nicht anders geht dann geht das nicht anders dann gucken wir mal was mit das propräsenz mit auch eine truhe ist das in die lava natürlich ja ist unnötig ne ich weiß ich weiß was wird das jetzt wenn es fertig ist das rand durch die gitter fällt man durch ne irgendwie sieht das nicht so aus wie ich das gerne hätte ich weiß auch nicht ich weiß nicht wieso ist schon wieder ein loch drin was soll das das wollte ich doch gar nicht aber glas kann auch in der luft stehen ist okay fitze patze fitze ich will doch einfach nur das ja abdecken geht das hier nicht oder was soll der wird das ist für den kack so nein ich hätte gerne das da ja jetzt macht er heute hier schon wieder was ist das denn in der truhe deckt das 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 ab was ich so wie ich das das ja und dritte klebriger Kolben ja das passiert am zumal auch bei mir Redstone Lampe ja hier ist es nur vielleicht das dritte wo vielleicht wo 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 Ja, cool. Kann man das hier also abdecken? Kann man da was draus stellen? Haben wir auf jeden Fall immer weiße, warme Füßchen. Warme Füße, ja, ja. Ist doch scheißegal, wie man das nennt. Wird auf jeden Fall einem nicht kalt. Zwingt das auch noch an zu brennen? Achso, das ist ja wohl, ne. Ja, ja, ja. Okay. Das geht nicht. Fängt das auch an zu brennen? Oder fängt das jetzt gleich auch an zu brennen? Ne. Jetzt seht ihr so aus wie so verbranntes Gras. Dann machen wir das vielleicht nur so am Rand. Ne. Dann kann man hier weiter mit Lava füllen. Und das Zeug verbrennt doch nicht, oder? Wir werden es sehen. Boah, erst mal nicht, ne. Ja, jetzt ist eine Fläche so, wie ich das gerne haben wollte. Mal gucken, wenn wir hier so... Gucken, wie das jetzt hier... Ob das jetzt hier wieder voll läuft. Da hinten ist noch eine Ecke. Die nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Da hinten ist noch eine Ecke. Ja. Ja. Okay. Dann bauen wir das hier noch so rum. Dann haben wir uns jetzt erstmal um das Dach gekümmert. Jetzt rund um die... über den Lavastrom. Untertitelung des ZDF, 2020 Das läuft trotzdem wieder so. Ja. Jetzt fahren wir das hier einfach zu, dann muss man sich ja auch nicht mehr ärgern. Mit dem Gemmelsch, die Lava um die Lava um die Lava herum und dann kommt hier gleich noch was anderes dran, aber dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal, wünscht euch euer Yoshi. Ciao. 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 Ciao.